Hallo Leute, da bin ich wieder, euer Flying Travel Geek und ich hatte ja bereits angekündigt, ich war im Umzugsstress und das kurz vor Weihnachten und jetzt steht Weihnachten schon direkt vor der Tür. Und wie ihr seht, das hier sieht noch nicht so richtig nach Studio aus und tatsächlich ist es das auch nicht, denn das Studio ist noch nicht ganz fertig, beziehungsweise meine Ecke, in der ich zukünftig meine Videos für euch drehen möchte. Nichtsdestotrotz möchte ich euch ein neues Unboxing präsentieren und heute machen wir mal Unboxing für meine Verhältnisse in XXL Format, denn ihr seht hier schon einen lilanen oder lilafarbenen Karton stehen und den packen wir jetzt mal zusammen aus. Was da drin ist, lasst euch überraschen, ist ja schließlich bald Weihnachten. Gleich geht's los, nach dem Intro bleibt dran. Willkommen zurück und wir legen auch direkt los. Ich habe euch mal in eine bessere Position gebracht, damit ihr dieses Prachtstück hier sehen könnt. Der eine oder andere kann es schon erkennen an dem, was hier vorne steht. Das Ganze ist von Chibo. Das heißt also, heute packen wir mal kein Smartphone aus, wäre auch ein bisschen zu groß die Kiste dafür. Das Ganze ist nicht gesponsert von Chibo, leider allerdings. Und wir packen einfach mal aus und lasst euch überraschen, was drin ist. Vielleicht kann sich der eine oder andere ja schon überlegen, was drin ist. Und ich denke, wir lüften das Geheimnis mal. Packen wir es zusammen aus. Schaut herein und seht. Papier. Das kann raus. Da ist es. Und das ist der Grund, warum ich es auch unboxe. Wir reden hier über eine neue Kaffeemaschine. Ich als Geek brauche natürlich Kaffee und davon auch gerne nicht zu wenig. Aber was ja noch viel, viel cooler ist als die Tatsache, dass es Kaffee ist, wobei viel, viel cooler ist falsch. Aber was auf jeden Fall cooler ist als einfach nur Kaffee, ist Kaffee, den man mit dem Smartphone zubereiten kann. Großartig, oder? Kommt, wir packen es weiter zusammen aus. Wie ihr seht, habe ich das Ganze jetzt mal für euch schon mal auf den Tisch gestellt. Und ich versuche euch das mal ein bisschen besser in die Kamera zu rücken. Hier seht ihr schon das gute Stück, um das es denn heute geht. Das soll eine ganz neue Kaffee-Erfahrung sein. Und zwar heißt das Ganze Kyobo, was Chibo hier auf die Beine gestellt hat. Und wie sich das für ein Unboxing gehört, gucken wir uns das Paket an. Vorne seht ihr die Kaffeemaschine, das Smartphone. Und es ist für Apple, also iOS und Android geeignet. Das heißt also, es gibt eine App zu dem guten Gerät. Und das Ganze soll eine Barista-Funktion oder Barista-ähnliche Zubereitungsweise haben. Hier auf der anderen Seite oder auf der rechten Seite des Kartons seht ihr nochmal die Kaffeemaschine mit WLAN-Symbol auch schon. Und ihr seht auch schon, was ich bestellt habe. Und eine Tasse Kaffee, da kriege ich direkt Kaffee-Durst. Und auf der Rückseite könnt ihr sehen, meine Güte, das ist das anstrengendste Unboxing, was ich hier gemacht habe. Die Kaffeemaschine wiegt nämlich was. Die verschiedenen Kaffees und die verschiedenen Pömpel, die da reinkommen. Das Ganze ist natürlich eine Maschine, in der so kleine Kapseln versenkt werden wie diese hier. Da könnt ihr natürlich mannigfaltig viele verschiedene kaufen, die vermutlich wieder viel zu teuer sind für das, was der Kaffee darin umgerechnet kostet. Und auf der linken Seite seht ihr nochmal die Farbe und ein bisschen Text. Und das soll es auch gewesen sein. Oben nix, unten nix. Ich würde sagen, wir packen weiter aus und gucken uns das gute Stück mal an. Dafür muss ich hier mit meiner Wahnsinnsschere mal alles öffnen und dann packen wir das gute Stück mal aus. Schön, wenn man alles Spiegel verkehrt macht. Ist dann auch nicht so einfach. Lüften wir mal das Geheimnis. Die Verpackung finde ich übrigens schon mal ziemlich cool. Oh, das ist wirklich cool. Schaut euch das an. Kann man so wegklappen. Großartig. Chibu, da habt ihr euch was einfallen lassen. So, oben nix. Meine Herren, ist das cool. Das ist wirklich, oh. Das ist ja schon äppelwürdig. Guckt euch das an, wie das Teil jetzt da steht, dass man so einen Karton aufhalten kann. Habt ihr das schon mal gesehen? Großartig, oder? Ich würde sagen, ich nehme das schwere Teil jetzt schon mal da raus, damit ihr es von allen Seiten sehen könnt. Da ist das gute Stück nun auch ausgepackt für euch. Und ihr könnt sehen, es ist in so einem, ja, matten Grau. Und das Ganze hier ist Aluminium, so ein richtiger Block. Wobei man hier nicht so richtig erkennt, was ist eigentlich Aluminium, was nicht. Dieser Deckel hier, wo hier oben die Kapsel reinkommt, das ist definitiv schon mal komplett aus Aluminium, das Ganze. Das hier ist Kunststoff, würde ich sagen. Hier unten haben wir auf jeden Fall Aluminium. Hier ist der Wassertank versteckt. Nicht so groß. Chibu, gibt es da auch einen größeren? Wenn ich schon das Ding bezahlen muss, um es zu testen. Ach, Kaffee ist doch ein Test wert. Hier haben wir dann wahrscheinlich das Auffangbehälterchen für die Müllkapseln, die übrigens zu 100% recycelbar sind. Und hier kann man sich noch so einen kleinen Fuß rausziehen für kleinere Tassen, wenn ihr zum Beispiel Espressotassen oder Ähnliches habt. Dabei habe ich direkt festgestellt, ihr habt das Ding hier falsch rum reingemacht, seht ihr? Und hier unten könnt ihr natürlich das Schälchen rausziehen für das Restwasser. Hier oben habt ihr ein Display mit drei verschiedenen Knöpfen und einem Wählrad, was ihr auch drücken könnt. Und dazu gibt es noch, das habe ich jetzt nicht ausgepackt, aber ich denke, ihr verzeiht mir das. Ihr könnt es gleich sehen. Ich habe eigentlich noch was auszupacken. Schaut es euch an. Das ist nämlich noch der Milkmaster, den man dazu bestellen konnte. Damit sollt ihr super guten Kaffee machen können. Und ich würde sagen, ich verschwinde mit dem Ding jetzt in der Küche und mache meinen ersten Kaffee. Und ja, ihr müsst jetzt leider erstmal abwarten, aber ihr werdet von mir noch ein ausführliches Review zu dem Teil bekommen. Danke euch erstmal fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Flying Travel Geek.